Referate mit Stil, von der Themenfindung bis zur Bewertung, mit zahlreichen Tipps für tolle Referate, die allen Spaß machen. Jetzt überall, wo es Bücher gibt. Das, was ihr da eben gesehen und gehört habt, war Werbung. Davon gibt es im Internet eine ganze Menge. Doch längst nicht alles, was ihr dort seht, ist Werbung. Und noch dazu ist nicht jede Werbung eine Produktplatzierung. Damit ihr versteht, welche Regeln es hier auf YouTube für Werbeanzeigen gibt und zukünftig nicht mehr denkt, dass alles, was nicht gekennzeichnet wurde, automatisch Gleichwerbung ist, will ich euch nach dem Intro mal ein bisschen aufklären. Zunächst sei gesagt, dass sich alle Angaben in diesem Video auf die rechtliche Situation in Deutschland beziehen. Nirgendwo sonst. Diese Regeln gelten darum nur für diejenigen, die in Deutschland wohnen oder von dort aus arbeiten. Um zu verstehen, welche Regeln es online gibt, müsst ihr den Rundfunkstaatsvertrag lesen. Das ist ein Gesetz, welches vor allem für das Fernsehen gilt. Es gibt dort aber den sechsten Abschnitt, der sich auf Plattformen wie YouTube bezieht. Hier ist vor allem § 58 Absatz 1 und 3 interessant. Darin steht nämlich Folgendes. Werbung muss als solche klar erkennbar und vom übrigen Inhalt der Angebote eindeutig getrennt sein. Mit anderen Worten muss eben ganz deutlich und für jeden sofort ersichtlich sein, dass es sich um Werbung handelt. Wie im Fernsehen auch kann das zum Beispiel dadurch erfolgen, dass eben ein Werbespot gezeigt wird. So wie ganz am Anfang dieses Videos. Absatz 3 verweist nun auf den § 7, welcher für Videos auf Plattformen wie YouTube ebenfalls gilt. Darin steht unter anderem Schleichwerbung, Produkt- und Themenplatzierung sind unzulässig. Aha, das ist also verboten. Nein, langsam, hier gibt es eine Ausnahme. Sendungen, auch Videos, die der leichten Unterhaltung dienen, dürfen Produktplatzierungen enthalten. Die meisten YouTube-Videos zählen zu dieser leichten Unterhaltung, aber nicht alle. In § 44 wird deutlich gesagt, dass Sendungen, die im Wesentlichen informierenden Charakter haben, keine leichte Unterhaltung darstellen. Das bedeutet, dass ich in diesem und allen anderen Erklärvideos beispielsweise keine Produktplatzierung verwenden darf. Und das gilt natürlich nicht nur für mich, sondern für alle YouTuber, die ein Video hochladen, welches nicht der leichten Unterhaltung dient. Soweit, so gut. Was aber ist nun eine Produktplatzierung, was eine Schleichwerbung und was einfach bloß Werbung? Auch darauf weist der Rundfunkstaatsvertrag eine Antwort, denn er enthält, wie die meisten Gesetze, Begriffserklärungen. In § 2 Absatz 2 wird unter anderem erklärt, was Werbung ist. Jede Äußerung bei der Ausübung eines Handels, Gewerbes, Handwerks oder freien Berufs, die gegen Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung oder als Eigenwerbung gesendet wird, mit dem Ziel, den Absatz von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen gegen Entgelt zu fördern. In einfacherem Deutsch bedeutet das, dass alles Werbung ist, was dazu führen soll, dass die Zuschauer etwas kaufen oder etwas tun, was mit der Werbung zu tun hat. Also auch der Hinweis auf einen anderen oder eigenen YouTube-Kanal, den man doch abonnieren soll, ist bereits Werbung. Vorausgesetzt, man sagt, das alles bei der Arbeit. Wer einen privaten Kanal hat, mit welchem er kein Geld verdient, ist davon ausgenommen. Werbung ist aber nicht unbedingt verboten und muss auch nicht immer gekennzeichnet werden. Dafür gibt es Unterkategorien, die genauer sind. Die Produktplatzierung ist beispielsweise die gekennzeichnete Erwähnung oder Darstellung von Waren, Dienstleistungen, Namen, Marken gegen Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung mit dem Ziel der Absatzförderung. Das bedeutet, dass eine Produktplatzierung überhaupt nur dann eine Produktplatzierung ist, wenn sie gekennzeichnet wurde. Was nicht gekennzeichnet ist, kann niemals eine Produktplatzierung sein. Aber das Hauptanliegen einer Produktplatzierung muss immer sein, dass das, was vorgestellt oder erwähnt wird, auch gekauft oder genutzt werden soll. Also bloß etwas vorstellen und sagen, dass es schlecht ist und dass man es nicht kaufen soll, ist keine Produktplatzierung. Ebenso gilt das für Produkte, die man sich selbst gekauft hat, ganz gleich, ob man sie positiv oder negativ bewertet. Jetzt fehlt nur noch eine Sache. Schleichwerbung ist die Erwähnung oder Darstellung von Waren, Dienstleistungen, Namen, Marken, wenn sie zu Werbezwecken vorgesehen ist und mangels Kennzeichnung die Allgemeinheit irreführen kann. Eine Erwähnung oder Darstellung gilt insbesondere dann als zu Werbezwecken beabsichtigt, wenn sie gegen Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung erfolgt. Aha. Wer also dafür bezahlt wird, dass er etwas zeigt oder erwähnt und das dann nicht als Produktplatzierung kennzeichnet, der nutzt Schleichwerbung und, wie ich ja schon gesagt habe, das ist verboten. Jetzt nochmal zusammengefasst, was auf YouTube für alle gilt, die ihren Wohn- oder Firmensitz in Deutschland haben. Werbung muss klar als solche erkennbar sein. Entweder man macht, so wie ich am Anfang des Videos, einen separaten Werbespot oder man kennzeichnet das Video als Werbevideo. Hierfür wird in der Regel die Produktplatzierung genutzt, bei welcher man ein Produkt oder gleich den Hersteller oder die Marke erwähnt oder zeigt und dafür Geld oder eine andere Belohnung bekommt. Wer ein T-Shirt bekommt und dies in einem Video zeigen soll, der muss das Video entsprechend kennzeichnen. Wer sich ein T-Shirt kauft und das in einem Video trägt, muss das nicht. Bloß weil also jemand sagt, dass er ein Produkt gut findet oder im Video nicht nackt vor der Kamera steht, heißt das noch lange nicht, dass er Schleichwerbung produziert oder überhaupt Werbung macht. Denn Werbung ist nur das, was dazu dienen soll, ein Produkt oder eine Dienstleistung zu verkaufen oder zu nutzen. Ich hoffe, das bringt ein wenig Klarheit in dieses Thema und sorgt dafür, dass die ewige Rumprüllerei nach falsch gekennzeichneter Werbung abnimmt. Nicht immer bekommt ein YouTuber eine Gegenleistung dafür, dass er sagt, dass ihm etwas gefällt. Und sobald er seine Videos nicht als Produktplatzierung kennzeichnet, kann es sich auch nicht darum handeln. Denn, wie ihr ja nun hoffentlich gelernt habt, ist eine Produktplatzierung nur dann eine Produktplatzierung, wenn sie gekennzeichnet wurde. Wenn nicht, ist es Schleichwerbung und die ist ja bekanntlich verboten.